Moin Leute, Trimax hier. Wir ziehen uns mal ganz kurz das Video rein von Spark of Phoenix. Der hat nämlich 50 Minecraft-Tipps für Anfänger gemacht. Für mich extra ein Video, weil ich viele Sachen Minecraft nicht weiß, aber das Game nie richtig gezockt. Ich bin mal gespannt. Kommt zu einem neuen Video. Heute gibt es was Besonderes, nämlich ein kleines Anfänger-Tipps-Video. Und zwar, ich war vor einer Weile mal bei Trimax und Revi im Projekt im Stream. Ich hab dir noch gerne ausgeholfen. Ich war mal als Techniker in einer Folge dort am Start. Oh ja. Und viele Leute schreiben mir seitdem, yo, helf denen doch weiter, komm da vorbei. Ich bin leider kein Teilnehmer des Projektes, deswegen, also auf Einladung, gerne. Er war gefühlt in allen Folgen dabei. Einloggen und sagen, yo, ich bin da, ich mach jetzt mit. Heute hoffentlich auch Spark. Falls du neu bist, mich noch nicht kennst, würde es mich freuen, wenn du nicht vergisst, den Kanal zu abonnieren. Dann gibt es auch weitere Videos bei dir in der Abo-Box, können Anfänger-Tipps sein und vieles, vieles mehr rund um Minecraft. Würde mich freuen, wenn du daran denkst. Und dann, jetzt geht's los. Dann als erstes, man kann sämtliche Crafting-Rezepte mit dem Crafting-Rezeptbuch im Inventar etwas einfacher machen. Und zwar, wenn man hier beispielsweise was reinlegt, easy, kein Problem. Kann man Sachen aufklappen und bekommt direkt vorgeschlagen, was man denn craften kann. Wusste ich nicht. Wenn man hier oben das Showing-All ausklickt, dann werden nur die Rezepte angezeigt, die man auch wirklich sofort craften kann, weil man die Materialien schon im Voraus im Inventar hat. Man klickt einfach. Ich gucke immer das ganze fucking Buch durch. Schon total geholfen. Und die werden automatisch reingelegt. Jetzt ist die Sache als zweites, vielleicht für den Anfang kann man das sogar noch ein bisschen verbessern, indem man sich einen kleinen Boost mitgibt mit einem Befehl. Und zwar mit Recipes oder Recipe, Give. Und dann den Namen und dann einen Stern hintendran. Dann macht das. Und man hat sich sämtliche Rezepte, 747 Stück, freigeschaltet. Und hat es jetzt etwas einfacher mit dem Craften, weil man hier komplett alles freigeschaltet hat. Und wenn man was machen kann, dann sieht man das. Und man kann es auch zum Nachschlagen nehmen. Beispielsweise eine Seelaterne. Macht man so. Oder... Hä? Nein, TNT. Macht man so. Ein Piston. Macht man so. Und ja, so würde es eventuell helfen. Im Normalfall muss man sich selbst per Hand freischalten. Aber wenn man noch neu ist und beim Spiel und startet, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, sich alle Rezepte am Anfang erstmal freizuschalten mit einem Command sogar. Minecraft hat einen Schlag-Cooler. Und dieser wird angezeigt mit einem kleinen Indikator an der Maus. Beziehungsweise man kann das auch in den Videoanstellungen etwas umstellen, so was man an der Hotbar sieht. Wenn man schlägt, dann braucht man kurz, bis sich die Schlagenergie wieder auflegt. Und man kann nicht unbedingt spammen. Also man kann es schonen, man macht aber dann weniger Schaden. Immer schön entspannt Zeit lassen, keine Panik schieben. Und immer einen ganz kurzen Moment warten, bis der Schlag-Cooldown sich wieder aufgeladen hat. Macht das denn, wenn man den Gegner wegschlagen möchte? Jetzt mal, wenn man schlägt, bounce der Gegner ja so weg. Einfach nicht, um Damage zu machen, sondern um ihn wegzuhalten. Kann man dafür durchspammen? An der Hotbar könnt ihr sehen, man macht jedes Mal mit jedem Schlag den maximalen Schaden. Und das ist effektiver wie Klickspammen. Wenn es Tag wird, verschwindet ein Teil der Monster. Unter anderem verbrennen sie tagsüber, weil sie untote Monster sind und deswegen von der Sonne zerfressen werden. Das gilt für Zombies und Skelette beispielsweise. Aber für Creeper und Spinnen nicht. Creeper sind ja keine untoten Mobs. Hasse Creeper so sehr. Und deswegen können die auch tagsüber weiterlaufen. Spinnen sind übrigens etwas Besonderes. Und zwar tagsüber sind sie passiv. Also wenn es gerade hell ist und ihr auf einer Spinne zu lauft, dann wird die ganz passiv in der Ecke stehen und euch nur angreifen, wenn ihr sie auch angreift. Aber von sich aus euch nicht attackieren. Ertrunkene können tagsüber an Land kommen und aus dem Wasser herauskriechen. Da sollte man vielleicht auch aufpassen, wenn man am Wasser wohnt. Und tagsüber können sie das nicht. Dann bleiben sie im Wasser drin und rennen euch nicht hinterher. Das sind neue Mobs. Die können entstehen, wenn Zombies ins Wasser gehen und ertrinken. Oder sie spawnen von ganz alleine dort. Wenn man alte Werkzeuge hat, in erster Linie Holzwerkzeuge und dann anfängt sich aufzubauen, kann man unter anderem diese in einem Ofen weiterverwenden. Man muss sie nicht wegwerfen. Sie gehen nämlich als Brennstoff in den Brennslot rein. Oder auch Zäune. Die meisten Materialien, die irgendwie aus Holz bestehen, kann man alle als Treibstoff verwenden. Digga, woher soll man das wissen? Wenn euch jemand nach Bienen fragt, die gibt es erst im nächsten Update. Ich habe bereits eine Update-Vorstellung dazu hochgeladen. Ich werde euch bei Infokarte verlinken. Hier müsst ihr mal unterscheiden zwischen den aktuellsten Versionen übrigens auch und den Snapshot-Versionen. Nur falls das mal jemand anspricht. Also Update-Vorstellung habe ich euch mitverdinkt. Und da gibt es ab sofort Bienen und mehr. Coole Sache. Generell gilt in Minecraft, die Shift-Taste ist dein bester Freund. Zumindest wenn man die Standard-Einstellungen lässt. Denn auf der Shift-Taste ist die Sneak-Taste. Damit kann man auf Blöcken herumklettern, ohne von der Kante zu fallen. Man sollte in der Falle mal den kleinen Finger drauf haben, wenn man etwas entlang baut. Und so kann man auf keinen Fall herunterfallen. Und auch wenn ich mich jetzt bewege, alles gut, nichts geht runter. Und wenn ich mich jetzt in den Hensneak gestehe, bin ich immer noch auf den Block drauf. Und erst wenn ich noch einen kleinen Schritt weiter laufe, dann falle ich runter. Sollte man immer beachten. Es gibt eine Möglichkeit, ziemlich einfach an Brennstoff zu kommen. Vor allem auch am Anfang. Denn die Ressource fühlt sich sehr schnell wieder auf. Und zwar Kelp. Das Kelp kann man abbauen, schwimmt an der Oberfläche. Und das Kelp kann man einerseits brennen und auch wieder als Brennstoff verwenden, wenn man keine Kohle hat. Alles einsammeln und zurück zum Ofen. Das Kelp selbst muss zuerst einmal normal gebrannt werden. Und wenn man das gemacht hat, dann bekommt man getrocknetes Kelp. Das ist übrigens auch eines der besten Essen am Anfang. Da man es sehr, sehr billig, sehr, sehr viel davon bekommt. Und das Kelp baut man jetzt zusammen zu Kelbblöcken. Und diese Kelbblöcke kann man wiederum als Brennstoff im Ofen verwenden. Und jetzt wird sich das refinanzieren. Also ihr könnt die ganze Zeit Kelpen nachlegen. Und ein so ein Block würde mehr Dried Kelp machen, als man reingelegt hat. Und so hat man praktisch eine unendliche Menge an Brennstoff irgendwann. Man muss nur genug Kelp wieder ranbringen. Das mache ich heute. Man kann Öfen übrigens auch automatisieren. Wir drehen wie wieder sauer sein. Mit Trichtern. Und sodass man mehrere Sachen durchbrennen kann und nicht immer per Hand nachfüllen muss. Etwas erhöht platzieren. Unter den Furnace kommt ein Hopper dran. Hinten kommt ein Hopper dran. Und oben kommt ein Hopper dran. Denn das sind jetzt die Slots, die befüllt und entleert werden. Man kann, wenn man ganz, ganz viel einspeichern will, auch noch Kisten setzen. So. Und alles, was ich jetzt oben in die Kiste reinlegen würde. Beispielsweise Kelp, bitte rausgezogen. Unten den oberen Slot reingelegt. Der Trichter, der von hinten auf den Ofen geht. Da wäre dann der Brennstoff drin. Digga, gibt es hier irgendjemand, der Minecraft spielt und das nicht unnormal geil findet? Irgendjemand? Das ist doch der Sinngefühl von Minecraft. Da kann ich einfach gerade mal, ich nehme einfach gerade mal schon dann Sticks. Und unten würde dann die fertigen Sachen rausgezogen werden. Da kann man gleich sehen. Treibstoff füllt sich nach. Kelp füllt sich nach. Und Items, zack, verschwinden jetzt. Die werden direkt rausgezogen in die Kiste hier rein. Und so kann man praktisch kistenweise in einem Ofen durchbrennen. Dauert halt nur ewig. Ansonsten idealerweise ganz viel nebeneinander bauen. Es gibt auch eine Möglichkeit, Essen zu braten, ohne selbst Brennstoff zu verwenden. Und zwar mit einem Campfire. Allerdings passen auch immer nur vier Items drauf. Man kann es platzieren, rechts klicken. Und dann werden auf alle vier Seiten hier einmal ein Steak draufgelegt. Oder Fleisch oder was auch immer. Dann dauert das ganz kurz. Und dann macht es plupp. Dann ploppt das gebratene Fleisch wieder ab. Und man kann es einsammeln. Und das geht eben ohne, dass man selbst irgendwie Treibstoff oder Brennstoff verwenden muss, um das durchzubrennen. Man sieht ja auch Rauchpartikel aufsteigen. Und in einem kleinen Moment, in einem Augenblick sollte es passieren, dass die fertigen Sachen rausploppen und fertig gebacken sind. Okay, da ploppen jetzt die Sachen raus. Und ich habe gebratenes Schweinefleisch. Wenn man Eisen und Essen beispielsweise im Ofen braten möchte, kann man das einfacher machen als einen ganz normalen Vanilleofen. Man benutzt nämlich einen Smoker und einen Blast-Furnace. Der Vorteil von diesen Teilen ist, der Blast-Furnace und der Smoker, die sind jeweils doppelt so schnell im Brennen wie ein normaler Ofen. Und ihr seht das auch so schnell, wie es hier durchgeht. Das geht wesentlich schneller als ein normaler Ofen. Und beispielsweise auch bei Schweinefleisch und einem... Also Zuschauer, ich bin ein bisschen von euch enttäuscht. Ich habe 20 Stunden Minecraft gespielt, würde sowas unnormal geil finden. Und das hat mir keiner gesagt. Ich fühle mich von meiner Community hintergangen. Der Smoker ebenfalls doppelt so schnell. Der Nachteil ist nur, ihr kriegt nur halb so viel XP, wenn ihr die Items rausnimmt. Aber darauf kommt es jetzt auch wohl nicht an. Oh, mir schon. Benutzt nur kaum jemand, sind neue Blöcke, die hinzugekommen sind. Und würde ich empfehlen, geht einfach viel, viel schneller. Man kann ein wenig mehr Haltbarkeit aus seinen Werkzeugen herausholen, indem man sie regelmäßig kombiniert. Das kann man unter anderem im Crafting-Table machen. Wenn man zwei Werkzeuge des selben Typs übereinander legt, dann füllt sich die Haltbarkeit auf. Und das Werkzeug bekommt auch einen kleinen Bonus. Das heißt, 5% extra Haltbarkeit. Aktuell sind das jetzt hier 11 Punkte auf diesen. Bei der Haltbarkeit können wir es sehen. 11 Punkte hier. Es gibt aber nicht 22, sondern 23. Auf welchen Basiswert die 5% berechnen Sie mich, bin ich sicher. Ich glaube auf die 11 Grundwert, die hier drauf sind. Und ja, so gibt es anstatt 22, 23 Haltbarkeit beispielsweise. Man kann das auch unter anderem im Grindstone machen. Der wurde dafür extra eingefügt. Aber geht auch billigerweise im Inventar. Ist genau dasselbe. Einmal kombinieren, da hat man es wieder zusammen. Und dann kann man die anderen auch wieder kombinieren. Also am besten unter die Hälfte der Haltbarkeit jedes Werkzeug machen. Dann kriegt man meistens ein komplett volles wieder raus. Geht aber nur, wenn die Sachen nicht verzaubert sind. Wenn sie verzaubert sind, dann zu viel Bock bekommen. Ultra geil. Ausloggen. Romada, kannst du kurz ausloggen? Ich liege schon im Bett. Okay. Was? Kick by another operator. Oh, das ist so assi, ne? Jetzt habe ich dich gespeichert. Was hast du? Du hast dich gespeichert. Es ist ein Multiplayer-Server, Mann. Bis zum nächsten Mal.